Willkommen zurück, Folge 4 von Perspective. Ihr habt wieder eingeschaltet, ich weiß es, sonst würdet ihr jetzt nicht hören. Nick spielt wieder und läuft hier ein bisschen durch die Arcade und guckt mal, welcher Automat noch steht, weil das meiste, zumindest die Toilettenschilder sind alle abgefallen. Ja, hier ist alles kaputt. Das sieht ja scheiße aus da, meine Fresse. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Die sind alle raus oder verkehrt herum. Wo geht's denn jetzt weiter? Die Räume sehen auch alle eher so. Was ist denn in dieser Welt passiert? Ist das alles mysteriös? Ich habe keine Ahnung. Da kannst du, glaube ich, einfach direkt sprengen. Achso, ja, stimmt. Könnte ich, wenn ich... Wie war es das? Ja, jetzt ist... Ja, nicht ganz so einfach immer. Ein großes und wichtiges Problem. So, jetzt sind wir da durch, okay. Nee, da kommst du nicht rauf. Doch, doch, ich komm da schon rauf. Nee, du kommst da nicht rauf. Doch, doch, ich komm da schon rauf. Ah, guck, siehst. Und das ist nun der Ventilationsraum. Waren wir da schon? Nee. Nee, ich glaube, der ist neu. Das Prinzip muss mir jetzt auch einer erklären. Warum wir jetzt wieder in einem alten waren, in der Arcade, und jetzt sind wir im neuen Raum. Ich dachte, jetzt wäre alles nochmal wieder... Oh, okay. Okay. Ich glaube, du musst dich auf so ein Ding raufstellen. Und dann... ...habt. Dann müsstest du doch eigentlich einfach rumkommen, oder? Wenn du jetzt hier... Nee, ich muss... Ich kann mich ja nicht raufstellen, auf das Ding. Nee, nee, ist schon klar. Ich glaube, ich muss hier hochspringen. Weil die Decke hat dich doch aber auch mitgenommen. Wieso sollen dich das jetzt nicht mitnehmen? Die Flügel. Achso, stimmt. Das war doch bei der Decke auch so. Ich habe da jetzt nur das nochmal angewandt. Ich müsste es nur so machen, dass du da rumkommst. Ja. Jetzt bist du da mittig. So halbwegs. Versuch's nochmal. Jetzt siehst du... Bist du mal, stehst du dahinter? Achso, jetzt geht's. Jetzt hängt er da dran. Ist ja süß. Mal gucken, wo müssen wir jetzt genau hin? Also... Nee, das war nicht so schlau. Okay, ich guck jetzt mal, wo wir hin müssen. Und ob du dich vielleicht einfach ganz rumdrehen lässt. Dahin muss ich hin. Ja, dann versuch doch, auf diese Wandleiste zu kommen. Genau. Und da kannst du dich doch einfach rumdrehen lassen. Musst du nur im richtigen Moment dann Stopp sagen. Jetzt ja. Ja. Da kommst du doch jetzt so nicht mehr runter, oder? Doch. Doch, doch, vertrau mir. Ich kann das. Das habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Ich glaube, ich brauche diesen schwarzen Block hier. Ich glaube auch. Der sieht verdächtig aus, wie er da so unverdächtig durch den Raum schwebt. Nein. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Oder was er da macht. Warum? Ich glaube, du darfst ihn jetzt nicht unterbrechen, also beim Hin und Her bewegen. Ja, aber ich muss doch jetzt da einfach unten raus. Und warum explodiere ich denn jetzt, wenn er mich hochnimmt? Weil du vielleicht immer gegen die... Nee. Weil du zerquetscht wirst praktisch. Unter der Decke. Kannst du seitlich rauslaufen vielleicht? Ja, seitlich rauslaufen wäre jetzt auch meine... Ja, das geht. Also ich glaube, da unten ging bloß nicht, weil du irgendwie zerquetscht wurdest. Vielleicht ist es auch zwischen Boden und Decke oder so. Mag sein. Da war die Hitbox vielleicht auch nicht klein genug, sodass man es direkt sieht. Oh je, wenn die jetzt alle angehen... Ach nee, der führt jetzt gleich wieder runter. Super-Oktagon. Was ist denn ein Oktagon? Wie viele bei der Studenten Würfel und Oktagon fallen. Was ist denn der Unterschied? Na, Oktagon ist das mit 8 Flächen. Achso, okay. Also 3x Flächen. Okay, ja, das ist ja, sollte man eigentlich unterscheiden können. Ja. Ich bin jetzt nur mit den Begrifflichkeiten mal nicht so vertraut. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, das ist ein Oktagon. Aber... Oh Gott, Leute. Die Decke dreht sich und... Oh Mann, diese Leute, diese... Das sind echt ganz schön. So, ich kann... Achso, da kann ich sowieso nicht drüber? Nee. Also muss ich ja sowieso zur Decke holen. Nee. Du stellst dir das so einfach vor. Nee. Immer noch nee. Mann. Menno. Kannst du vielleicht mehr so von der Seite... Ja, jetzt hast du es. Okay, und wo soll ich mich... Hier muss ich mich rauslassen. Da musst du runter, aber du musst erst mal gucken, wo du dann hin willst. Ja, erst mal bringe ich mich da in Sicherheit. So. So, gut. Und jetzt muss ich weiter reinlaufen, glaube ich, und mich dann innen drehen lassen. Mhm. Dass ich dann hier in dem Feld rauskomme. Ja, okay. Glaube ich. Mach mal. Ja, es sollte jetzt erst mal nicht so schwierig sein. Läufst da hin, genau, und schaltest wieder an. Und dann kommst du da raus. Ja. Na, das passt vielleicht irgendwie. Dann ist halt die Frage, wie mache ich dann weiter. Na, guck mal, hier kannst du doch bestimmt irgendwie runter. Richtig. Das wäre sonst nicht so gedacht. Du musst auf jeden Fall aber noch weiter in die Mitte, oder? Ja, noch weiter konnte ich ja gerade nicht. Aber jetzt kannst du aus einer anderen Perspektive ja... Genau, genau. Nee. Kannst du auch das große Feld nochmal nutzen, aus einer anderen Perspektive. Ja, ich muss ja in dem Feld aber bis da ranlaufen, glaube ich. Ja, dann kommst du da eh nicht weiter. Ja, da ist doch auch wieder eine Wand. Ja, ja, nee, das weiß ich ja. Aber wenn ich dann da hinlaufe, komme ich durch die Drehung da hin. Ich muss hier vorne aussteigen und dann hier langlaufen. Das ist der Mittelpunkt. Ach, da ist der. Okay, dann ergibt es Sinn. Aber ich bin hier trotzdem... Lass dich mal Wonders mitnehmen. Vielleicht kommt es dann besser raus. Das ist gerade ein bisschen tricky. Ah, guck mal. Ach, Nick. Alles musst du kaputt machen. Bist auch ein Selbstsaboteur. Ja, wir drehen noch eine Runde, Leute. Mann, so ein Mist. So. Und klick, klick, klick. Ja, die Perspektive stimmt noch nicht so ganz. Vielleicht stellst du dich ein bisschen woanders hin. Nee, stell dich doch ein bisschen weiter hier nach vorne, weil dann bist du weiter dort sozusagen. Meinst du das safety? Nee, jetzt bin ich komplett raus. Also wenn, dann muss ich mich weiter so stellen. Wenn ich mich ja von der Decke sehe. Ja, okay, jetzt nicht wieder Maus herzudrücken. Auf keinen Fall. Ja. Du bist schwierig. Scheiße. Oh Mann. Kannst... Nee. Ja, jetzt bist du ein bisschen weiter in. Okay, passt. Ja, passt. Super. Super. Springen und... Ja, reicht das? Nee. Guck nur die Füße raus. Ja, das müsste doch auf jeden Fall und sexy. Da ist jetzt eine Wand. Du musst da vorne laufen. Ja. Du müsstest doch an der Stelle jetzt eigentlich dich gar nicht mal so großartig drehen. Also, du bist jetzt ja gleich wieder am Anfangspunkt. Ja. Verdammt, dass die Kreisgeschwindigkeit da so niedrig ist. Einerlich. So. Und jetzt... Ja. Kann ich mich hier auf dem Block draufstellen? Soll ich erstmal nach hinten gehen? Ja, muss ich erstmal. Ich glaube, ich muss erstmal hinten drauf. Aber wenn ich hinten drauf bin, komme ich dann nie wieder runter, ne? Achso, doch, so komme ich. Äh. Also, jetzt bist du hinten. Jetzt kannst du da über die Mitte rüber springen. Genau. Du musst dir das natürlich irgendwie so drehen, weil da ist jetzt ja rechts eine Wand. Das bringt dir jetzt ja nicht so viel. Naja, das bringt gar nichts. Du musst dir auch erstmal überlegen, was du mit der Wand machst, ne? Achso. Habe ich die Wand auf der anderen Seite nicht. Ne, die hast du nicht, deswegen. Wie du schon wieder mitdenkst, ist der Hammer. Ja, ich bin auch von mir selbst ganz schön überrascht. Ich steige normalerweise bei so einem Spiel nach fünf Minuten aus. Sobald der 3D-Effekt eingeführt wird als Feature, steige ich aus bei sowas. Ich bin echt kein Rätselspielfreund. Also, ich spiele die total gerne, aber ich bin immer so doof. Also, spätestens nach drei Leveln muss ich immer im Internet nachschmulen, weil ich dann... Und nicht, weil ich nicht Durchhaltevermögen besitze. Weil das besitze ich, das weiß jeder, der mich kennt bei solchen Spielen. Ich probiere die Sachen auch hundertmal. Aber wenn ich nach dem hundertsten Mal immer noch nicht wiederkommen bin, und das dann schon eine halbe Stunde gerade mal nach Anfang des Spiels, dann... Ja, ist nicht so super. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen irgendwie die zündende Idee. Ich habe zwar auch ein ganz gutes räumliches Vorstellungsvermögen eigentlich, deswegen ist es eigentlich auch verwunderlich. Aber wenn das Spieldesign nicht genau auf mich abgestimmt ist, dann sozusagen, dass ich genau die Lernkurve habe, sondern irgendein Rätsel kommt, was bisher noch nicht so eingeführt wurde, dann bin ich meistens am Arsch. Also Portal zum Beispiel 1 und 2 habe ich ohne Nachgucken direkt durchgespielt. Ja, nun waren die Rätsel auch recht einfach nicht. Die waren, genau, ja, aber ich meine nur, da war auch die Lernkurve so, dass man immer gut mitgekommen ist. Also da rechts kommst du jetzt nicht weiter. Na, pass mal auf. So kommst du da lang. Das passt schon. Na, da bist du jetzt... Ne, ne, das ist so einfach nicht. Aber so in der Art, das ist schon richtig. Also so in der Art musst du es machen, denke ich. Oder hier mit dem mittleren Platz. Na, ich kann den mittleren Platz bringen, und dann nix. Hm, stimmt, da fährst du nur in die Wände rein. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, aber ich glaube, das ist noch nicht hoch genug. Leider geht es nicht weiter zurück. Ja. Oh, okay. Äh. Äh. Jetzt musst du auch gucken, wo du dich hindrehst. Na, das ist ein bisschen das Problem. Ja, jetzt schlafen wir. Ne, das muss zur Seite, glaube ich, irgendwie, genau. Ach, da oben ist eine Treppe. Na, Treppe ist... Eine Rolltreppe. Na, so sieht eine Rolltreppe aus. Ja. In der Mitte auch. So. Jetzt brauchen wir bestimmt den Klotz in der Mitte. Ja, oder den da. Ja, oder beide. Oder beide. Ich glaube fast nicht, dass irgendwas in diesem Level nicht gebraucht wird. Okay. Achso, okay. Ich gucke die Warten. Das war's nicht. Mein Tipp, das war's nicht. Du kannst mal genau springen mal ein Stück. Oh, da wurde er jetzt gar nicht verdeckt. Das ist ja fies. Manchmal spiele ich das auch nicht richtig mit. Ganz so hoch. Ja. So, und auf den Block rauf. Und jetzt kannst du dich durch den Raum drehen damit. Wo musst du überhaupt hin? Das war direkt daneben, wo ich angefangen habe. Ah, stimmt. Das war da am Anfang. Ah, da geht's auch nicht weiter. Ja, das könnte... Möchtest du vielleicht dich wieder andersrum drehen, oder? Kann man das sagen? Das könnte ein kleines Problem sein. Ich gebe zu. Klitzeklein. So, schau doch mal, durch welche Lücke man da was sieht. Vielleicht bin ich jetzt aber an dem Punkt, wo ich jetzt hier mich auf dem... Wenn ich jetzt nämlich springe, dann kann ich mich auf dem Block absetzen lassen. Ja. Genau. Musst du nur gucken, dass da die orange Wand verdeckt ist. Und wieso? Ach, scheiße. Ein bisschen weiter zurück. Genau. Ja, das müsste aber reichen. Das reicht ja locker. Musst du nur nicht in diesen Zitterpunkt kommen, wo die Wand zittert. Aber ich muss noch ein Stück rüber zur Seite, ne? Nach rechts, ne? Sonst wirst du ja direkt von der Wand mitgenommen. Richtig, ich muss ja so hier stehen. Ja. Also musst du vielleicht ein bisschen weiter links hoch springen. Genau. Mach das doch mal. Okay, ich setze jetzt ein Stückchen nach da, genau. Und dann müsste das doch jetzt eigentlich... Das müsste es doch sein. Oh, war noch mal passen hier. Ja. Weil er hier kann nicht springen, ne? Ne, unser Kameramann, ich nenne ihn mal, der Kameramann, der kann nicht springen. Nee, in die Richtung, genau. Nee. Das ist jetzt für mich ja zu niedrig, ne? Nee, nee, das passt schon. Passt, ne? Was machst du denn? Ich muss einfach dann... Ich werde dich aggressiv hier. Was machst du denn da? So, jetzt warte. Gut, Nick. Draus, Nick. Und jetzt musst du mitlaufen, dich mitdrehen vor allen Dingen auch irgendwie, oder? Naja. So. Mich vor allem auf der Wand abstellen und dann erledigt sich der Rest schon von alleine. Jetzt kommst du da nicht durch. Jetzt musst du da rüber hüppen. Jetzt muss ich hier auf den... Da oben rüber, oder was? Ja. Dann musst du wieder dich da iterativ hochkämpfen. Nee. Nee, hättest du da jetzt noch nutzen können, nochmal hochspielen. Ja, ja, mach ich ja jetzt gleich. Wenn er wieder vorne ist. Ja, das wäre auch schon ein kleiner Fortschritt gewesen, wenn du es direkt gleich gemacht hättest. Oder du lässt es ganz... Ich brauch das nicht. Du kannst dich auch dafür entscheiden, das Spiel anders zu spielen, indem du einfach nur stehen bleibst. Das Problem ist nicht meine Rätselfähigkeit, sondern... Ah. Meine Fähigkeit, Tasts in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Gerade so mit Springen und Linke Maustaste ist bei mir gerade ganz schlimm. Okay. Ja. Mich noch verbrennen und durch. Mhm. Wie viel Zeit ist denn noch? Ist vorbei. Ist vorbei, gut. Herzlichen Glückwunsch, aus zwei Rätselräume geschafft. Waren das nicht drei? In meiner Welt waren es zwei. Zwei, die gezählt haben. Da darfst du noch reingehen. Wir gehen jetzt hier noch wahr. Da darfst du. Wir gucken, was da jetzt kommt. Ja, das war gut, dass wir nicht Schluss gemacht haben. Kürzeste Folge, das hätte man noch angeschnitten. Ja, schön. Perspective. Vier Folgen. Was war's? Das waren aber eine Menge. Acht Leute, ne? Danke Leute. Habt ihr gut gemacht. Hat Spaß gemacht. War ein nettes Spielchen. Sehr kurzweilig. Hat ein Stündchen Spaß. Ist kostenlos. Ja. Kann man einfach auf der Webseite runterladen. Auf der Webseite, genau. Sucht einfach Perspective Game. Also wirklich, das findet ihr als die erste Google-Eintrag dann. Sogar bei, 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 wer uns aus Deutschland zuhört, das werden die meisten tun. Bei ship.de gibt's das auch zum Beispiel, hab ich gesehen, das war der dritte Google-Eintrag oder so. Das ist ja immer eine gern gesehene Sache, weil Chip kann man ja immer vertrauen. Da muss man ja auch mal Werbung für machen. Die haben ja viel gute Software da bei sich online. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, war lustig. Wenn ihr weitere Rätselspiele wollt, habt mal schon mal angedeutet, schreibt es bei Facebook oder unten hier unter eines der Videos oder so. Oder unter jedes Video einfach. Richtig. Ihr könnt auch unter, unter Devil May Cry schreiben, wir hätten gern mehr Rätsel. Richtig. Ja, dann suchen wir euch mehr Rätsel irgendwo. Oder schreibt drunter, Dennis kann nicht spielen, aber. Oder schreibt drunter, Laura kann nicht spielen, so. Ich wollte jetzt nicht Laura beleiden. Das haben wir alle gedisst. Naja, Vielleicht doch, aber immer die, die nicht da sind. Ne, das finde ich immer unhöftig. Ja, du sagst lieber die Leute ins Gesicht, dass sie Arschlöcher sind. Ja. Das ist nix Einstellung zur Welt. Ja. Gut, ihr habt Glück, dass ihr nicht direkt mit uns interagieren müsst, sondern uns nur zuhört. Gut. Pech. Pech ist das. Ja, in meinem Fall ja. Gut, dann wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage. Guckt bei uns andere Videos. Richtig. Tschüss. Macht's gut. Wir sind nochmal kurz da. Wir sind jetzt, haben wir Escape gedrückt, sind auf den Desktop gesprungen und haben uns vorher kurz geärgert, dass ihnen nicht noch ein lustiger Abschlussgag mit irgendwelchen Perspektiven eingefallen ist. Richtig. Ich wollte jetzt gerade mal was googeln und will was eingeben und sehe, äh, Baus. Mein Desktop, was habt ihr getan? Ihr Schweineguck, weil der ist überall. Der ist überall und irgendwo. Also man kommt nicht aus dem Spielraum. Oh, guck mal da hinten. Da ist er. Da ist unser Männchen. Oh, der ist umgefallen. Oh, gestorben. Ah, und jetzt kann man hier nochmal durchlaufen, oder? Wenn er irgendwo ist? Ne, du kannst doch einfach laufen, oder? Kannst du dich nicht bewegen? Achso, ja, ich kann mich bewegen. Idiot. Ja, also es ist ihnen doch nochmal gelungen, einen kleinen Witz einzubauen. Ja, ich finde es auch sehr, sehr cool gemacht. Ich habe mich jetzt gerade echt erschrocken. Was haben die mit meinem Desktop gemacht? So, und jetzt können wir hier E drücken, oder? Und wir kommen aus der Welt raus. So ist das doch. Ne, wir laufen einfach durch. Ich brauche kein E drücken. So, ah, und jetzt haben wir es auch geschafft. Ja, das ist das Ende. So sieht es aus. Ist das Ihre Studentenverbindung wahrscheinlich? Jetzt haben wir es geschafft. Hoffentlich. Ich drücke gleich mal auf den Fitness. Stimmt, ist das ein Virus, oder? Man kommt immer wieder in diesen Raum, blockieren den Computer. Das ist dein Spiel, das ist der perfideste Virus jetzt. Mein Kumpel. Der hat noch Spaß. Gut, wir werden davon berichten, ob es wirklich so ist. Richtig. Bis dann. Macht's gut. Ciao.